Ein unglaublicher Aufwärtsmarsch bei MercadoLibre. MercadoLibre ist ein Internetunternehmen aus den USA, das als sehr souverän gilt und vor allem bei Chartanalysten sehr beliebt ist. Die Kurse kletterten über viele Jahre gleichsam relativ stetig nach oben und konnten ausgehend vom Jahr 2016 noch einmal erheblich aufsatteln und einen sehr großen Kaufdruck erzeugen. Dies führt dazu, dass die Aktie als sehr stark gilt, wenn es um die langfristige Kursentwicklung geht und immer neue Rekorde erzielen dürfte. Rücksetzer kann der Wert bis zu 200 Euro sehr einfach auffangen. Dies wären erneut Einstiegskurse, so die Meinung der Experten. Die Kurse sollten endest auf mehr als 300 Euro steigen, heißt es. Statistiker verweisen auf den Umstand, dass das Renditedreieck viel Sicherheit ausstrahlt. Hier werden Kombinationen unterschiedlicher Kauf- und Verkaufsjahre verglichen. Dabei hat die Aktie in fünf Fällen ein Minus erzielt. In 51 Fällen hingegen sind die Renditen positiv, womit sich ein jeweils meist zweistelliger jährlicher Gewinn ergab. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beträgt mehr als 90 Prozent. Ein statistisches Kaufsignal.